Okay, wie viele rausgefunden haben, gibt es eine geheime Version von Poppy's Playtime. Natürlich hab ich's nicht rausgefunden, weil ich bin ein kleiner, brauner Vollidiot. Hierbei handelt es sich um die Prototyp-Version. Das heißt, eine Version, in der wir Sachen sehen, die es nie ins Spiel geschafft haben. Und als wäre das nicht genug, hat die Version ein anderes Ende. Ein Adler, der versucht hat zu fliegen, hast du versucht einzusperrt. Was uns direkt in der Version auffällt, oben links haben wir so einen kleinen Text, der alle Eingaben zeigt. Für uns unrelevant. Und unter mir hab ich so ein kleines Fahnenkreuz, das mir immer zeigt, wo ich bin. Was auch immer das bringen soll. Ich bin ziemlich gespannt auf die Version. Und auf die Dinge, die es nicht in das fertige Spiel geschafft haben. Let's go. Übrigens könnte sein, dass es ein längeres Videos und von daher ein paar weniger Schnitte hat. This way. This way. Hatten wir vorher auch schon Untertitel? Ich weiß es gar nicht. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, falls euch irgendwas auffällt, was anders ist. Weil mit Sicherheit werden wir einige Dinge einfach entgleiten. Ich bin nämlich nicht wie viele andere. Ich hab das Spiel erst einmal durchgespielt. So. Holen wir uns erstmal den Schlüssel. Normalerweise sollten wir auch relativ schnell durch das Spiel durchkommen. Jetzt. Hier fehlt ein ganzer Schreibtisch. Aber gut, dass die Kassette trotzdem da ist. Ich schätze, weil die Kassetten sind alle dasselbe. Playtime Co. Is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Sein Gesicht ist zensiert. So hässlich war er doch gar nicht. Wir gucken uns die Videos jetzt nicht mal an. Weird. Wir gucken uns die Videos jetzt nicht komplett an. Wir gehen direkt mal weiter. Durch den Lüftungsschacht. Und treffen das erste Mal auf Poppy. Die hier nichts umwirft, sondern direkt erscheint. Alter, ihre Augen sind noch verrückter geworden, oder? Kommt mir das nur so vor. Die hat gar keine Augenlider mehr. Boah, ist das gruselig. Okay. Aktivieren wir das hier mal ganz schnell. So, jetzt haben wir Strom. Poppy spawnt jetzt hier oben. Das sieht noch normal. Mehr oder weniger normal. Die Hälfte ihres Unterkörpers hängt einfach durch das Rohr durch. Aber mir soll es egal sein. Wir gucken uns jetzt die Spielstation gleich an. Poppy, wo bist du? Oh, Poppy, kommt hier gar nicht aus einem Lüftungsschacht in der Version raus? Es hat sich echt verändert. Rote Hand. Blaue Hand. Ich bin so gespannt, wie das gleich aussieht, wenn wir auf Babi treffen. Okay, schnell hier rüber schwingen. Ähm. Oha, das war... Pfff. Wie kann ich so kacke sein? Okay, mir fällt auf, in der Version muss ich auf jeden Fall darauf achten, nicht zu oft abzunippeln. Weil die Ladezeiten sind echt pervers lange. Was mir in dem Raum auffällt... Hier haben wir zwar einen Lüftungsschacht, aber ich glaube, in der originalen Version haben wir hier auch einen. Das ist auch ein Unterschied. Mal sehen, wie Poppy jetzt runtergezogen wird. Ihre Augen sind irgendwie gruseliger geworden, oder? Kommt mir das nur so vor? Sie guckt dich jetzt immer so an, als würde sie dir direkt in die Seele reinschauen. Ihre Augen sind so weit aufgerissen. Ich find's geil. Okay, lösen wir das Rätsel auf der einen Seite. Ist ja relativ easy. Ein sehr komischer Schatten ist das. Okay, hier ein bisschen Energie aufladen. Ich weiß noch ungefähr, wie das funktioniert. Ich hoffe nur, ich mach es richtig. Let's go. Boom! Und jetzt öffnet sich die Game Station. Wir treffen das erste Mal auf Mami Longlegs. Wir könnten jetzt rein theoretisch den Bug benutzen und die rote Hand behalten. Alter, wieso leckten das jetzt so? Aber wir wollen die Hand ja verlieren. Oh, sie fehlt mir jetzt. Das ist immer noch so creepy. Ich finde, Mami sieht hier auch leicht anders aus. So ein bisschen bleicher. Halt dich an die Regeln. Oder ich reiß dich auseinander. Und esse deine Innereien. Warum? Während du immer noch am Leben bist. Hat dir jemand mal gesagt, dass du ziemlich krank bist? Das ist voll krank. Wie kann man nur über sowas nachdenken? Sowas würde mir in den kühnsten Träumen nicht einfallen. Okay. Öffnen wir die Game Station. Ich bin bereit. Sieht die anders aus? Tatsächlich sieht die irgendwie anders aus, oder? Der Zug ist einfach grau. Und da fliegt irgendwas in der Luft. Alter, hier fehlt irgendwie ziemlich viel oben, oder? Das sieht aus, als wäre es schon ein Teil vom Code. Du hast es geschafft in die Version. Freut mich, dass er noch da wird. Und wir öffnen jetzt Musical Memory. Wo ist das Spiel? Das Spiel ist hier. Auf geht's zum Musical Memory. Übrigens gibt es hier unten einen Speedrun-Trick. Man kann diese Leiter hier nehmen. So. Und wenn man die richtig hinlegt, dass sie wie so eine Treppe nach oben geht, kann man einfach da durchlaufen. Der Nachteil da natürlich ist, du hast keine gröne Hand. Und du brauchst die gröne Hand. Oh, das Erdloch habe ich ja fast komplett vergessen. Das ist erst eine Woche her und es kommt mir schon so lange. So, hier fangen wir an. Wir stellen erstmal die Hand her. Dafür müssen wir das Rohr hier richten. Let's go. Oh, da kommt eine ganze Fuhr neue Hände. So, das müsste noch funktionieren wie in der originalen Version. Komm schon. Geh an, Licht. Perfekt. Und hier oben haben wir jetzt die Farbe. Und die platzieren wir hier dritte. So, nehmen wir eine Hand. Und gehen in den nächsten Raum. Ich bin bereit. Was kommt jetzt? Ich glaube, jetzt gleich kommt schon der Kampf gegen Benzo Bunny. Genau. Hätten wir den Leitertrick verwendet, wären wir jetzt hier durch einfach gelaufen und hätten direkt den Bosskampf benutzt. Alright. Der erste Bosskampf. In der Prototyp-Version. Playtime. Willkommen zu Musical Memory. Da oben müsste das Bunny sein. Alter, meine Hände machen so kleine Lichtreihen. In der richtigen Version hast du Bonzo direkt hier oben gesehen. Da war es nicht so dunkel. Oh, hier ist Bonzo direkt vor uns. Ich erkenne ihn kaum, weil er so dunkel ist. Okay, wir fangen an. Wir machen das ganz schnell. Alright. Hallo. Oh. Da ist ein Massakerknopf. Massaker. Oh nein, das hört sich nicht gut an. Wo ist die Zielscheibe? Reset. Da. Perfekt. Auf der Tastricht steht ein Reset drauf. Oh, ich glaube, das sieht auch anders aus als vorher, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben den Hasen besiegt. Du willst mir einen Teil des Couchs geben? Ich bin bereit. Alter, es ist so dunkel, weil er kennt kaum was. Okay, die Brücken wird runterfallen. Kann ich hier auch gleich sprechen? Natürlich nicht. So. Wir reißen hier den Rüftungsschacht auf. Okay, der nächste Raum, der ja relativ easy ist. Der sieht auch aus wie vorher, um ehrlich zu sein. Ist hier auf den ersten Blick kein Unterschied. So, wir aktivieren den Hebel. Und jetzt nehmen wir direkt das Ding hier und ziehen uns das zurecht. So. Boom. Perfekto. Und weg mit dir, mein Freund. Alter, wir haben überall immer diese roten Striche. Das zeigt einfach, was für eine Prototyp-Variante das hier ist. Jetzt jumpen wir hier hoch. Und ich meine, jetzt müssten wir in der Original-Version hier so ein kleines Rätsel lösen. Und das ist anscheinend immer noch da. Weg mit dir. So, Bonzo ist fertig. Hier ist auch ein kaputtes Bonzo-Spiel. Jetzt geht's weiter zu Wackawagi. So, da bin ich gespannt. Mami ist super stolz auf euch. Aber ich bin sicher, dass sie euch das selbst schon gesagt hat. Mami war nämlich immer die Spielleiterin. Mami Longlegs war auch eine Figur, zu der die anderen Puppen aufgesehen haben. Mami war dafür bekannt, wie eine Mutter zu den Figuren zu sein, aber böse zu den Angestellten und anderen Leuten. Wo bist du, Mami? Beginnen wir das Spiel? Welcome to Wackawagi. Oh Gott. Aber hier kann ich tatsächlich schon viel besser sehen als in der Original-Version. Oh nein, jetzt ist es erst dunkler geworden. Oh, ich mach dieses Spiel nicht. Oh Gott. Mami sieht komisch aus. Da sind Pixelfehler. Du hast einen neuen Hinweis für mich. Okay, den nehm ich gerne. Danke, Mami. So, und jetzt ist es an sich nur noch ein einziges Spiel. Und zwar das mit dem Hund. Pagi, Papa, Papa. Ich hab keinen Plan, wie der gerade heißt. Alter, da war grad ne Hand von Mami Longleg. Okay, hängen wir uns. Entschuldigung. Das tat weh. Ich möchte nicht runterfallen. Hallo. Ich will doch nur da oben rankommen. Das sieht doch gut aus. Wir sind oben. Und ich glaube, hier stand eigentlich so eine Puppe, so eine Figur. Die steht hier nicht mehr. Okay, interessant. Vielleicht steht sie hier hinten irgendwo. Nein. Okay, wir kommen jetzt zu dem Kissimissi-Rätsel. Hier bin ich gespannt. Gibt es Kissimissi hier? Oh, ja. Das sieht aus, als wäre es so wie normal. Jetzt braucht sie zwei Versuche, um den Hebel zu heben. Mir kommt so vor, als ob Kissimissi hier ein bisschen pinker ist als in der Originalversion. Aber das soll sie ruhig sein. Los. Macht den Hebel. Habt ihr doch mal Mühe, Mann. Ich danke dir. Vielleicht kann ich dich überholen. Aber ich glaube nicht. Ich komme da nicht schnell genug durch. Und du bist weg. Du despawnst, wenn du um die Ecke gehst. Das heißt, wir finden dich auch niemals wieder. Was schade ist. Kissimissi ist jetzt weg. Jetzt nehmen wir das hier. Das ist ja alles ganz einfach. So. Ähm. Hätte ich wahrscheinlich den Wagen nochmal schieben. Ich, Idiot, hätte wahrscheinlich den Wagen erstmal schieben sollen. Und jetzt erfüllen wir erstmal die ganzen kleinen Rätsel. Die wir ja natürlich alle kennen. Ich meine, kommt schon, Leute. Wir sind nicht doof. Also nicht alle von uns. Wir haben es geschafft. Perfekt. Ich bin stolz auf dich. Let's go. Perfekt. Und jetzt kommen wir hier weiter. Der Wagen fällt übrigens geradeaus einfach runter. Ist mir die wirklich aufgefallen. Und wir kommen jetzt hoffentlich zum letzten Spiel. Ich freue mich. Öffnen wir das. Danke, ich weiß. Okay, wir spielen Statues. An sich ist die Version ja ziemlich ähnlich mit der Originalversion. Komm. Geh. Auf. Ich glaube, in der Originalversion hat der Hebel dann grün geleuchtet, um zu zeigen, dass wir den benutzen können. Ist jetzt ein kleiner Unterschied, kein großer. Der große Unterschied soll ja einfach nur das Ende des Spiels sein, was ein bisschen anders sein sollte. Okay, hier haben wir das Rätsel, bei dem wir einfach irgendwie tricksen konnten. Indem wir... Wie habe ich es gemacht? Ich bin hier hoch. Und... Oh, wir haben hier keinen Weg rüber. Das gibt es nur in der Originalversion. Den direkten Weg hier rüber. Und der hat es so viel einfacher gemacht. Okay. Wir haben es verbunden. Wir brauchen diese komischen Masten gar nicht. Und jetzt sollten wir es eigentlich Crawlen hören schon. Puggepeller. Aber ich höre keine Sounds von ihm. Das Spiel hat leichte FPS-Einbrüche immer wieder. Die Performance von der Prototype-Version ist jetzt nicht so gut. Alter, sieht das weird aus. Vielleicht auch wegen den ganzen Kommandos, die hier offensichtlich auf der linken Seite zu sehen sind. Und da ist Puggepeller. Oh, wir können ihn gut sehen durch den roten Strich, der verbunden ist mit dem Spieler. Das heißt, er verfolgt mich nach diesem Faden hier. Ist auch interessant, sowas mal zu sehen. Gruseliger Satz. Finde ich nicht okay. Okay. Fangen wir an. Musical Mem- That is. Puggepeller läuft schneller, wenn wir uns bewegen. Wenn das Licht- Ey, yo! Durften wir uns jetzt nur bewegen, wenn das Licht aus ist? Oder nur bewegen, wenn das Licht an ist? Ja, das war so. Wir durften uns nur im Dunkeln bewegen. Ich Idiot. Sonst läuft er schneller. Und wenn er schneller läuft, habe ich verkatscht. Diesmal gehen wir einfach durch Easy durch. Oh Gott, er ist so ein... Er läuft in der Luft! Verdammt! Der ist ja noch gruseliger als der Richtige. Wir gehen durch Easy durch. Das ist das Beste, was wir tun können. Wir haben so viel Zeit verloren. Dankeschön. Oh, dunkel. Oh, oh. Oh, oh. Ey, dich doch mal! Komm schon! Ich mag das Spiel hier auch nicht, obwohl es eigentlich so einfach ist. Durch das einfache Rohr müssen wir ja nur geradeaus laufen. Okay. Alles cool. Ähm, komm ich hier raus? Ihr wollt mich doch verkack eiern. Ich komm hier nicht raus. Hier ist etwas vor dem Rohr. Entschuldigung. Ich komm hier. Das ist so eine... Okay, das war's für mich. Ich kann kotzen. Okay, ich musste mir das jetzt bei Zeph abgucken. Und zwar gibt es keine Möglichkeit, diese Stelle zu überspringen. Und wechseln auf den Checkpoint 25. Weil es gibt keinen Ausblick aus den Rohren raus. Das ist ein Spiel, was man im Prototyp nicht gewinnen kann. Okay, es scheint so, als wären wir jetzt auf der Flucht vor Mami Longleg. Ich hab irgendwie so ein bisschen die Orientierung verloren. Mami, beruhig dich. Es ist doch kein Grund auszurasten. Wir sind bei dieser Spielzeugfabrik. Und hier ist die Kassette. So, unsere erste Aufgabe ist es jetzt erstmal das Spielzeug herzustellen. Okay, aber das ist in der Originalversion genauso. Übrigens versuche ich jetzt ein bisschen weniger zu bearbeiten, damit das Video überhaupt... Das ist in der Originalversion definitiv nicht so. Die Tür gibt es nicht. Wir können kein Spielzeug herstellen. Und hier ist auch keine Tür. Das heißt, wir kommen gar nicht zurück in die Lobby. Und wir haben logischerweise kein Spielzeug, was wir da reintun können. Nein, hier gibt es keinen Ausweg. Wir müssen diesen Checkpoint wahrscheinlich auch skippen. Hä? Der Raum ist jetzt da? Der war doch eben gerade nicht da. Ich verstehe das nicht. Aber na gut, wenigstens kommen wir jetzt weiter. So. Wir haben das Geschenk. Welches in der Originalversion übrigens kein Geschenk ist, sondern direkt ein Spielzeug. Tatsächlich finde ich das als Geschenk viel cooler. Stellt euch mal vor, man könnte randommäßige Spielzeuge da reinbekommen und nicht immer ein festes. Das wäre der Wahnsinn. Habe ich das Spielzeug jetzt überhaupt noch? Ich bin mir nicht sicher. Egal. Oh ja. Ich hab's noch. Entschuldigung. Jetzt geht's auf. Man merkt auf jeden Fall, der Prototyp ist noch ziemlich verbuggt gegenüber der richtigen Version. Was logisch ist. Es ist der Prototyp. So, wo kommen wir jetzt hier hin? Oh, zu dem Rätsel. Let's go. Wow. Das scheint alles noch wie in der Originalversion zu sein. So, ich fall runter. Ähm. Mehr oder weniger. Ja. Ich weiß nicht wirklich, wo ich bin. Kann ich mich? Ich will das nicht. Ich will da jetzt nicht ru... Oh mein... So. Diesmal sind wir wirklich runtergefallen. Und jetzt sollte Mami kommen. Ich bin ges... Es wurde zahlt. Ich hab nicht ge... Was ist das für eine Wand? Lass mich raten. Heid und Sieg. Heid und Sieg. Ich kann ja nicht wirklich vor dir abbauen. Zehn. Ja. Nein. Oh, die Tür geht auf. Okay, perfekt. Hier verfolgt uns Mami Longlegs auch nicht wirklich. Sie tut nur so. Und übrigens, falls ihr es mal nicht getan habt, lasst gefälligst einen Like da. Da, hier ist das Loch in der Wand. Da gehen wir durch. Mein kleiner Finger ist eingeschlafen. Deswegen kann ich kein SDRG mehr drücken. Fühlt sich komisch an. Das zweite Loch in der Wand. Wee. Ist ja wie eine kleine Rutsche. Und hier runter. Wadderbombs. Das war easy. Und jetzt müsste ich gleich in diesen Raum kommen mit diesen vier Hebeln. Exit. Soll ich hier lang gehen? Weil es fühlt sich echt unsicher an. Ich gehe aber nicht lang. Weil das sieht so aus, als könnte ich hier sterben. Und darauf habe ich keinen Bock mehr. Okay. Jump hier rein. Es hängt wieder. Ich kriege wieder ein paar FPS-Probleme. Aber das ist normal. Da habe ich mich dran gewöhnt. Den Hebel können wir nicht umlegen. Beziehungsweise da passiert nichts, weil kein Strom drauf ist. Genau. Wir brauchten jetzt erstmal die Reihenfolge von den vier Hebeln. Die jetzt gleich kommen sollten. Genau hier sind sie. Eins ist rot. Zwei ist blau. Vier ist gelb. Das waren die Hebel. Let's go. Wir haben es einfach immer noch drauf. Und jetzt sollte Mami vor uns springen. Was? Das ist Mami's Arm. Oh. Das sieht ehrlich gesagt ziemlich lustig aus, Mami. Wieso ist dein Arm da? Ich halte mich hier fest und ziehe mich nach oben, damit Mami mich nicht entdeckt. Oh, da ist sie lang gelaufen. Oh mein Gott, sie läuft an der Wand lang. Das sieht krank aus. Okay, und ich höre keinen Sound mehr. Das heißt, wir können jetzt weitergehen. Ich sehe da eine Hand noch und das macht mir ziemliche Angst. Anscheinend ist da irgendwie ein Mami-Long-Lag-Modell in der Wand drinne. Okay. Jetzt kommt der Schmelzofen. Wir haben hier das Ding. Das Dingeling. Und platzieren es hier drinne. Moldslot. Okay. Das sieht alles noch so verdammt roh aus. Dann feuern wir das Ding einfach mal an. Und ich sollte jetzt ein Zahnrad bekommen. Komm schon. Ich habe gar keine Griffe auf der Innenseite. Kriege ich die Tür überhaupt zu? Wenn Mami mich verfolgt? Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Ich habe das Zahnrädchen. Oh, das hier sieht komplett anders aus. Missing Gear. Okay. Das sieht komplett anders in der Originalversion aus. Bereite dich doch vor. Was? Mami kommt da von der Seite? Wir konnten nicht mal einen Hebel hochheben? Wieso war das so weird? Kann ich die Tür schließen? Das wird doch nicht funktionieren. Oder? Äh, Babi? Okay. Das ist echt ein bisschen weird. Wir müssen da eigentlich langlaufen, um den Hebel zu aktivieren. Alter. Ich merke jetzt auf jeden Fall schon große Unterschiede zur Originalversion. Wie sieht es jetzt hier aus? Wir können gar nicht in den Ofen reingehen, um uns zu verstecken. Die Hand war die ganze Zeit da. Nur um drauf zu warten, dass sie die Steine runterziehen kann. Okay. All die, all die, alles ist cool. Bisher haben wir doch keine Fehler gemacht. Ah! So. Der Escape sollte funktionieren. Wir müssen den Hebel hier... Oh, die Tür öffnet sich so? Das ist weird. Ich dachte, das wäre so eine Schiebetür, die nach oben geht. Aber anscheinend ist dem nicht so. Okay. Mami, wir werden dich fertig machen. Mal sehen, ob das in der Beta-Variante genauso aussieht wie in der vollen Variante. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Okay. Mami kommt jetzt angelaufen. FPS drops. Da kommt Mami. Sie wird übrigens hier vorne nochmal de-spawnen und eine neue Mami Longlegs wird spawnen. Entschuldigung. Hallo? Was war denn das gerade? Okay. Das ist die Beta-Variante davon. Bisschen verschoben. Man kann nicht wirklich den Tod von Mami Longlegs sehen. Sie wird halb in die Wand reingezogen. Und das war es jetzt auch schon. Wow. Kommt Prototype? Auch nicht. Alter, das war es jetzt hier? Wir können das neue Ende sehen? Lass uns Poppy befreien. Ich hoffe, du bist noch normal mit uns. Oh, du hast deine Augenlider wieder. Hast du sie fertig gemacht? Gut. Gut. Wir bringen auf den Zug. Wir müssen diesen Ort verlassen. Ach was. Oh, das ist ein Hebel? Wofür ist der? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn aktiviert. Wahrscheinlich war er für die Tür. Und hier ist in der Originalversion eigentlich eine Rutsche. Die Rutsche haben sie rausgelassen? Wirklich? Die Rutsche war so cool. Okay, wir kommen jetzt zum Zug. Zu dem grauen Zug, wo die Hintertür die ganze Zeit anscheinend offen war. Ach, ihr wolltet, dass ich da dran ziehe? Es ist so schwer, das zu erkennen, weil alles ist ausgegraut. Aber jetzt werden wir das neue Ende sehen. Beziehungsweise das alte Ende. Ist ja das alte Ende. Tschu, tschu. So, Poppy. Du hast uns jetzt was anderes zu sagen, als die Originalvariante. Du hast es geschafft. Du hast Mami besiegt. Und du hast mich befreit. Komm wieder. Du bist perfekt. Zu perfekt, um dich zu verlieren. Es tut mir leid. Ich kann dich nicht verlassen lassen. Okay. Du hast so viel Potenzial. Ich weiß, du bist gekommen, um die Leute zu finden, die über die Jahre verloren gegangen sind. Schlimme Dinge sind passiert. Es ist so viele Leute getötet. Es ist schwer, als Puppe zu existieren. Wo soll ich anfangen? Ich sehe es in dir. Dieser Zug fährt nun Richtung Playcare. Ich will... Was? Was ist... Was ist was? Poppy erzählt auf jeden Fall mehr über diese Puppensache. Dass sie eine Puppe ist. Und sie sagt, dass wir Richtung Playcare fahren. Die Voicelines sind komplett anders, als im Original, meine ich. Ich habe die im Original jetzt nicht im Kopf. Aber ich glaube, der Wortlaut war irgendwie anders. Und jetzt ziehen wir die Bremse. Oder die zwei Bremsen? Alter. Wir kippen um! Okay. Und das war's. Einfach die Voicelines sind anders. Ich frage mich, wieso die ausgetauscht worden sind in der Originalversion. Vielleicht war es auch so geplant, dass wir diese Version finden werden. Und sich das irgendwie zusammenfügt. Wieso kommt die Animation so, als ob ich sterbe? Die Lines waren auf jeden Fall mehr an die Story angelehnt. Es scheint so, als müsste man hier am Ende sterben. Wir sind fertig mit dieser Version. Mann war das hart. Leute, was haltet ihr von der Version? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.